Im heutigen Video möchte ich mit euch zusammen über ein paar äußerst wichtige und bedenkenswerte Aspekte sprechen, die all diejenigen betreffen, welche aktuell in Erwägung ziehen, eine klinische Diagnostik auf Autismus bei sich selber durchführen zu lassen und die äußerst relevant sind auch für all diejenigen, die kürzlich erst die Diagnose auf Autismus erhalten haben. Denn in aller Regel sind mit der Durchführung einer solchen Diagnostik einige Hoffnungen verbunden. Das heißt Menschen, die sagen, hey, ich möchte jetzt meinen Eigenverdacht vielleicht auf Autismus bestätigen lassen von einem fachlichen Diagnostiker und davon verspreche ich mir, dieses oder jenes, ja, diese Hoffnungen bewahrheiten sich in vielen, vielen Fällen gerade nicht. Das heißt, das, was man sich selber davon verspricht, eine Diagnostik durchführen zu lassen oder was man sich davon versprochen hat, bewahrheitet sich nicht. Ja, und das führt natürlich zu sehr viel Frust, Ängsten, Sorgen und Verwirrung bei den Betroffenen und ja, über genau dieses Thema sprechen wir in diesem Video. Vielleicht und für all diejenigen, die mich noch nicht kennen, bevor es losgeht, ein, zwei Sätze zu mir, damit ihr auch wisst, ja, was ich es überhaupt wage, mich zum Thema Autismus hier zu äußern. Ja, mein Name ist Tom Harrendorf. Ich bin selber mehrfach diagnostizierter Autist. Das erste Mal wurde die Diagnose damals noch auf das sogenannte Asperger-Syndrom im Alter von 17 Jahren bei mir gestellt. Das war vor rund 20 Jahren. Ich bin seit knapp 15 Jahren in der Autismus-Selbsthilfe für Erwachsene, Betroffene tätig, habe also auch schon ganz, ganz viele Menschen mit Autismus kennenlernen dürfen, von denen auch viele im Laufe der Jahre meine Freunde geworden sind. Ja, ich habe ein Fachportal zum Thema Autismus, autismusspektrum.info und jetzt am Montag erscheint auch meine Biografie Autismusverstehen, geschrieben von mir und der Diplom-Psychologin Melanie Matzies-Köhler im Buchhandel und auf Amazon. Ja, es gibt bestimmte Gründe, warum insbesondere Erwachsene natürlich auf die Idee kommen, hey, ich möchte jetzt mal eine Diagnostik auf Autismus machen. Und diese Gründe sind nicht etwa berufliche Nachteilsausgleiche zu erhalten. Das kommt natürlich auch vor, aber die allermeisten, die im Erwachsenenalter sagen, ich möchte jetzt mal eine Diagnostik anstreben, weil sie meistens schon bei sich selber irgendwie diesen Verdacht haben, ich könnte im autistischen Spektrum sein, sagen, zumindest meiner Erfahrung nach aus diversen Beratungen und Coachings, ich selber führe natürlich keine Diagnostik auf Autismus durch, aber die meisten sagen, nee, also so Nachteilsausgleiche hinsichtlich Arbeit und Beruf, das interessiert mich eigentlich nicht, ich strebe auch keinen Schwerbehindertengrad an, brauche ich nicht, will ich nicht. Nein, die meisten Leute, die im Erwachsenenalter eine Diagnostik durchführen lassen wollen, versprechen sich davon entweder erstens mehr Verständnis durch das eigene Umfeld, das heißt Familie und Freunde für die persönlichen Eigenarten und vielleicht auch eine lange Leidensgeschichte, eine schwierige Familienbiografie, die man gehabt hat. Und die Menschen, die eine solche Diagnostik aus diesem Grund anstreben, haben die Hoffnung, wenn ich jetzt durch einen klinischen Diagnostiker das Label Autismus erhalten habe, dann kann ich endlich meinen Eltern, kann ich meinen Freunden beweisen sozusagen, hey, ich bin nicht falsch, ja, sondern ich habe schlicht und ergreifend einen Phänotyp aus dem autistischen Spektrum und ich möchte bitte, dass ihr jetzt vielleicht sogar rückwirkend endlich anerkennt, wie viele Schwierigkeiten im Leben ich immer gehabt habe durch diesen autistischen Phänotypen und dass ich immer ganz hart gekämpft habe und was da in mir los gewesen ist und bitte erkennt diese lange Leidensgeschichte und all meine Bemühungen hier gegen das Thema oder gegen das Phänomen und alle damit einhergehenden Schwierigkeiten des Autismus anzukämpfen endlich an. Und Punkt zwei ist es, Selbsterkenntnis und Identifikation aus dem Label Autismus zu ziehen. Ja, beide Gründe sind keine schlechten Gründe, das sind meiner persönlichen Meinung nach sehr verständliche Gründe, aber man muss halt dazu wissen, dass in vielen, vielen Fällen paradoxerweise gerade bei denjenigen Leuten, die aus diesen Gründen die Diagnostik anstreben, sich die Hoffnungen auf ein positives Outcome nicht bestätigen werden. Ja, und das hat natürlich ganz bestimmte Gründe. Schauen wir erstmal darauf, dass Menschen eine Diagnostik durchführen lassen wollen, um dann vom Umfeld sozusagen endlich bestätigt zu werden oder begnadigt zu werden, dass man endlich auch Anerkennung bekommt von den eigenen Eltern. Hey, ich habe dir immer gesagt, Tochter oder Sohn, Max, Sabine, Franz, Josefine, ich habe dir immer gesagt, Mensch, stell dich doch nicht so an oder Mensch, das kann doch nicht sein oder Mensch, du bist faul oder Mensch, du willst nur provozieren. Aber jetzt, wo du die Diagnose auf Autismus hast, siehst du, ich als Mutter oder ich als Vater habe mich so sehr geirrt, du konntest ja nichts für deine Verhaltensweisen oder darauf, dass du auf mich immer anders gewirkt hast. Du wolltest nicht provozieren. Du hast dich nicht besonders angestellt. Du warst nicht bockig. Nein, du hast mit Autismus vergesellschaftete Wahrnehmungsbesonderheiten. Du hast gelitten unter den Neonröhren, unter den Geräuschen. Das sehe und verstehe ich jetzt. Und deswegen tut es mir leid, dass ich häufig so viel mit dir geschimpft habe auch. Und jetzt, wo du die Diagnose hast, können wir darüber sprechen und ich entschuldige mich bei dir und ich sehe und verstehe dich. Und ja, jetzt wird unser Familienverhältnis zu einem Happy End kommen. Ja, ganz viele Leute haben diese Hoffnung und bei ganz vielen Leuten bestätigt sich diese Hoffnung nicht. Und das macht die Leute wahnsinnig, wahnsinnig, weil sie sich denken, hey, Mutter, hey, Vater, jetzt habe ich schon von einem hoch angesehenen Psychiater oder Neurologin die Bestätigung, dass ich im autistischen Spektrum bin. Ich bin sogar bis an die Universitätsklinik gegangen, habe hier mehrere Monate bis Jahre gewartet, bis ich endlich einen Diagnosetermin bekomme, denn die Wartelisten sind ja sehr, sehr lang. Und du musst doch bitte einsehen, dass ich jetzt im Spektrum bin. Das ganz, ganz große Problem ist, dass in solchen Eltern-Kind-Beziehungen und ja, ich habe das vorhin schon angedeutet, das betrifft natürlich auch häufig das nicht-elterliche Umfeld, ja, das heißt, Freunde, bekannte Arbeitskollegen, der oder diejenigen, die diese Diagnose anstreben. Ähm, das Problem ist häufig nicht das fehlende Label auf Autismus. Das Problem ist in aller Regel, dass es andere, ja, qualitative Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Beziehung gibt, in denen die Eltern, aus welchen Gründen auch immer, die Bedürfnisse und die Eigenarten des Kindes nicht sehen, nicht sehen können oder nicht sehen wollen. Das ist an dieser Stelle ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und so kommt es eben ganz, ganz häufig, dass dann diese Kinder, die schon eh durch die Eltern nie gesehen wurden, dann also mit ihrer Diagnose ankommen zu den Eltern und sagen, hier Mutter, hier Vater, ich habe es dir schon immer gesagt, akzeptiere jetzt bitte, ich bin im Spektrum und entschuldige dich bitte oder lass uns bitte unsere Vergangenheit aufarbeiten. und dass die Eltern dann einfach sagen, nö, ist doch kein Quatsch mit der Diagnose, du bist doch nicht im Spektrum. Was redest du dir denn hier jetzt schon wieder ein? Oder was hat irgendein Arzt dir da eingeredet? Ihr seid doch alle völlig spinnert. Ja, das ist häufig das, was passiert. Und dann sind natürlich diesejenigen Kids, die oder heutigen Erwachsenen, die sich da haben, diagnostizieren lassen, unglaublich frustriert und unglaublich untäuscht. Und es ist natürlich wichtig, dass wir in diesem Video darüber sprechen, um dich da draußen als Zuschauer oder Zuschauerin vielleicht auch schon darauf vorzubereiten, dass deine Kalkül, dass du jetzt mit deiner Diagnose da zu deinen Eltern, Geschwistern, Oma, Opa, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen hingehst und die werden dich jetzt alle verstehen und akzeptieren, dass das wahrscheinlich oder gegebenenfalls nicht eintreten wird. Und da musst du dich natürlich auch emotional, mental darauf vorbereiten. Und viele Menschen, die mit ihrer Diagnose dann, ja, sag ich mal, im Umfeld Klinkenputzen gehen und klar, wenn man die Diagnose erhalten hat, hat man auch den Drang, darüber zu sprechen ganz, ganz häufig, erleben dann in dem Umfeld, dass sie auch sehr widersprüchliche Reaktionen bekommen. Das heißt, es gibt in aller Regel Menschen im Umfeld, die sagen, ja, natürlich, das war mir schon immer klar, dass du im Autismus-Spektrum bist oder, ja, natürlich, das sehe ich ein, das verstehe ich, kann ich mir gut vorstellen, du hast ja schon immer in diesem und diesem Bereich, warst du ja anders oder warst du besonders oder hast du Defizite gehabt, Schwierigkeiten, wie auch immer. Und andere Leute, ja, werden eine genau gegenteilige Reaktion bringen und sagen, nö, du bist doch überhaupt nicht auffällig, nö, das kann ich mir gar nicht vorstellen, nö, du und Autismus kann ich mir beim besten Willen nicht erklären oder vorstellen, wie irgendjemand auf so eine absurde Idee kommt. Und zwischen diesen beiden Polen liegt häufig eine riesige Lücke. Es gibt häufig, das ist die Erfahrung, die Menschen machen, die mit ihrer neuen Diagnose dann überall, ja, Klinken putzen gehen, es gibt häufig gar keinen dazwischen. Und dass es häufig keinen dazwischen gibt, beweist auch sozusagen schon ein Stück weit, dass es eben nicht am Label selber liegt, sondern darum, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die euch da draußen als diejenigen, die mir jetzt zuschauen, die euch gut sehen, gut verstehen und vielleicht auch das auch schlicht und ergreifend einfach ja mal wollen und sich dabei Mühe geben und dass es eben Menschen gibt, die euch nicht gut sehen und nicht verstehen und es eventuell auch nicht wollen, weil sie ignorant sind oder weil sie mit sich selber zu tun haben, okay, das ist ganz, ganz wichtig hier zu verstehen, also diese Information möchte ich euch einfach nur geben, um dieses scheinbare Paradox, auf das ihr mit hoher Sicherheit in vielen, vielen Fällen zusteuern werdet, um euch darauf vorzubereiten. Es gibt noch andere Gründe, warum Eltern, vereinfacht gesprochen, die Eltern, wie gesagt, Verwandte, Freunde, Arbeitskollegen, ihr wisst, was ich meine, wenn ich jetzt hier mal pauschal von Eltern spreche, es gibt noch andere Gründe, aus denen Eltern eine Autismusdiagnostik nicht sehen oder eine Autismusdiagnose eventuell nicht anerkennen können, wollen und das sind nicht unbedingt schlechte, nicht negative Gründe, also nicht alle diese Gründe sind immer auf Ignoranz oder nicht sehen wollen oder nicht sehen, ja, zurückzuführen. Es gibt auch neutrale und, ja, und vielleicht sogar positive Gründe oder Gründe, die man positiv bewerten könnte, wenn man das selber möchte. zu den häufigsten Gründen gehört, dass man ein Buch, das ist so ein Sinnbild, das ich häufig bemühe, man ein Buch nur dann lesen kann, wenn es den richtigen Abstand zu den Augen hat, okay? Wenn ein Buch zu weit weg ist, kann man es nicht lesen, das heißt also, Leute, die mit uns gar nichts zu tun haben, können unseren Autismus eventuell nicht erkennen, weil sie uns nur sehr oberflächlich kennen und viele von denjenigen, die meine Videos schauen, sind ja auch sehr, sehr hoch funktional, maskieren, sehr, sehr gut, sehr, sehr intensiv vielleicht auch und, ja, da bemerken das Leute, die einen nicht besser kennen, vielleicht nicht. Also das entspricht dann, das Buch ist zu weit weg, deswegen kann ich es nicht lesen. Man kann aber ein Buch auch nicht lesen, wenn es zu nah vor den Augen hängt, wenn man es sich zu nah vor die Nase hält und das entspricht sehr, sehr häufig der Eltern-Kind-Beziehung. Naja, unsere Eltern haben uns aufwachsen sehen und weil sie uns aufwachsen haben sehen, haben sie ein sehr, sehr enges Verhältnis und vor allen Dingen für jede unserer Eigenarten wissen sie als Eltern oder glauben zu wissen, das ist ganz wichtig zu verstehen. Man kann ja viele Situationen auf die ein oder andere Art und Weise interpretieren. Glauben sie häufig in der Biografie irgendein Ereignis zu sehen oder finden zu können oder ausmachen zu können, die dann jede dieser Eigenarten irgendwie erklärt. Zwanghafte Verhaltensweisen oder ein massives Bedürfnis nach Tagesroutinen? Ja, natürlich, lieber Sohn, liebe Tochter, du hast doch damals im Alter von 5, da ist dir dieses oder jenes passiert. Du hast, keine Ahnung, irgendwo eine Tür offen gelassen und dann wurde dir dein Stoff dir geklaut, weil du da diese Tür nicht abgeschlossen hast. Keine Ahnung, der spinnt im Kindergarten oder spinnt in der Grundschule oder whatever und deswegen hast du diese Zwänge, sowas zum Beispiel. Es kann auch einfach sein, tatsächlich, dass die Eltern dich da draußen als meinen Zuschauer oder meine Zuschauerin einfach als Tochter oder Sohn wahrnehmen wollen und dir gar kein Label geben wollen und sagen, hey, ich liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Du bist einfach meine Tochter oder mein Sohn. Du bist für mich nicht die Autistin oder der Autist, ich will oder brauche oder akzeptiere oder wünsche nicht solche Labels. Ja, du warst schon immer anders als andere Kinder, aber das war mir schon immer egal. Ich habe dich so genommen, wie du bist. Das ist einer der Gründe, warum auch Eltern vielleicht dieses Autismus-Thema nicht so annehmen können oder diskutieren wollen. Meiner persönlichen Meinung nach ein positiver Grund. Kommt häufig auch in Freundschaften vor, dass Freunde sagen, hey, wow, ist mir doch egal, dass du jetzt diese Autismus-Diagnose hast. Man selber würde gerne darüber reden, würde das Thema gerne totquatschen, weil es einen beschäftigt. Die Freunde sagen, ja, hast du gekriegt, ist mir egal. Du bist und bleibst einfach der Kevin, die Sabine, der Sebastian oder in meinem Fall der Tom. Weiß ich nicht. Interessiert mich nicht mit dem Label. Auch das kann man positiv sehen. Das wären alles solche Interpretationsmöglichkeiten oder das sind alles Möglichkeiten, warum vielleicht unsere Eltern unserem ureigensten Bedürfnis die Autismus-Diagnose bei uns nicht anerkennen zu können, nicht im gleichen Maße folgen, wie wir es uns häufig wünschen und vielleicht auch dann nicht gemeinsam mit uns an einer Aufarbeitung der Vergangenheit teilnehmen wollen. Ja, häufig hat das etwas mit Ignoranz zu tun. Viele Eltern wollen sich vielleicht auch nicht eingestehen, dass sie vielleicht ein Kind haben oder einen Sohn, eine Tochter haben mit einer Störung, mit einer Behinderung. Ja, ich weiß, viele Leute, die jetzt dieses Video schauen werden, jetzt sofort reflexartig schreiben wollen in die Kommentare, Autismus ist doch keine Behinderung. Ja, dazu muss ich einfach ganz kurz hier einlenken. Autismus ist ein anerkanntes Störungsbild. Autismus ist eine anerkannte Behinderung. Ich selber habe einen Schwerbehindertenausweis unbefristet ausgestellt bekommen für Autismus. Für nichts anderes, für Autismus. Und ich selber bin ja auch in der Pflege beeinträchtigter behinderter Menschen tätig, beruflich. Ja, es gibt auch sehr viel stark, sehr stark autistische Menschen, die aufgrundursächlich durch ihren Autismus Zeit ihres Lebens in Pflegeheimen, wohnen, leben, ja, die nicht arbeiten können, die sogar Unterstützung dabei brauchen, ihre Mahlzeiten einzunehmen, zur Toilette zu gehen. Autismus ist ein Spektrum und es gibt nicht nur diesen sogenannten hochfunktionalen Teil des Spektrums, nein, es gibt natürlich auch den sogenannten, den Häkchen niedrigfunktionalen Teil des Spektrums. und im Ganzen gesehen, Autismus ist eine Behinderung und ist ein Störungsbild, zumindest wird es so klassifiziert. Ja, und darüber hört und liest man natürlich auch in den Medien, das ist klar und viele Eltern wollen das vielleicht auch nicht akzeptieren, hey, ich hab da eine Tochter oder ich hab da einen Sohn, mit dem ist in Häkchen irgendwas. Ja. Ich hoffe, dass ich euch mit der Nennung dieser Gründe, warum das gehörig schief gehen kann, wenn man diese Erwartungshaltung hat, hey, jetzt hab ich die Diagnose und erzähl das meinen Eltern, Freunden, Bekannten und dann kann ich endlich Akzeptanz und Bestätigung bekommen und dann wird alles unter einem ganz anderen Licht gesehen. Dass das häufig nicht aufgeht, ich glaube, diese Hintergründe hier einfach mal zu nennen, kann vielen, vielen Leuten, die dieses Video schauen, schlicht und ergreifend dabei helfen. Am Ende nicht zu sehr enttäuscht zu sein. Enttäuschung entsteht meistens aus dem Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein. Wenn man das Gefühl hat, mir widerfährt ja ein Unrecht in dem Sinne, dass ich jetzt sogar noch das klinische Label habe durch eine Fachperson bestätigt und meine Mutter und mein Vater, die wollen das nicht anerkennen. Eine verdammte Diagnose, was fällt denen eigentlich ein? Das ist ein Unrecht, das mir hier angetan wird. Ja, die Gründe dahinter zu kennen, hilft vielleicht, dieses Gefühl von Unrecht besser einordnen zu können und ja, wie gesagt, häufig ist es beim genaueren Hinsehen auch kein Unrecht, sondern es ist einfach auf bestimmte psychologische Faktoren zurückzuführen bei den Eltern, die auch nicht immer alle negativ sein müssen. Ja, das war jetzt sehr viel zum Thema. Ich hole mir eine Diagnose und hoffe dann, meine Vergangenheit mit meinem Umfeld zusammen aufarbeiten zu können, dass mir Gerechtigkeit widerfährt. Gerechtigkeit ist wieder auch der Gegenpol zum Thema Unrecht oder zum Term Unrecht. Aber ich hatte ja gesagt, es gibt noch einen zweiten großen Grund und das ist eben der Erkenntnisgewinn über sich selbst und Selbstfindung, Identifikation mit dem Label Autismus, das, davon gehen wir einfach mal aus, auch tatsächlich auf einen zutrifft. Sich selber besser verstehen, die Unsicherheiten über sich selber aufklären und auflösen zu können, sich vielleicht nicht als Versager zu fühlen, sondern zu erkennen, zu sehen, weil mit dem Thema Autismus zum Beispiel ein in aller Regel sehr unebenes Intelligenzprofil zum Beispiel oder Intelligenzunfähigkeitenprofil, sagen wir es mal so, einhergeht. Ja, Autisten sind häufig in den einen Bereichen ganz besonders gut und in anderen Bereichen dafür ganz besonders schlecht. Und ja, das ist nichts, was ich mir ausdenke, das ist tatsächlich nachgewiesen, was ist ein Hard Fact über Autismus. Autisten haben häufig ein unebenes Intelligenzprofil. Das kann man auch in entsprechenden IQ-Testungen messen. Ja, okay, ist ganz wichtig hier zu verstehen, nur um das klarzustellen. Ja, und viele Autisten, das werdet ihr, werden ganz viele meiner Zuschauer kennen, waren zum Beispiel in der Schule in den einen Fächern super gut und in den anderen Fächern super schlecht. Und die Eltern, ja, da sind wir jetzt wieder bei denen oder die Lehrer haben halt immer gesagt, hey, du bist faul oder streng dich mal ein bisschen an, du bist doch so intelligent, warum kannst du da nicht in Mathe oder warum kannst du da nicht in Deutsch oder in, weiß ich nicht, Werte und Normen bitte auch wenigstens akzeptable Noten bringen oder in Sport zum Beispiel. Und autistische Menschen fühlen sich dann häufig als Versager, bauen da so ein genanntes, sogenanntes Theta-Intojekt auf, integrieren diese Zuschreibungen, du bist nur faul, du gibst dir nicht Mühe, vielleicht auch in ihr eigenes Selbstbild und fühlen sich dann faul. Naja, und wenn sie dann die Autismusdiagnose bekommen, erkennen sie vielleicht, aha, mit Autismus unebenes Intelligenzprofil, ich bin in den einen Bereichen super gut und in den anderen, da kann ich vielleicht gar nichts dafür, dass ich da so schlecht bin, das bin einfach ich und ich habe mir ja auch im Rahmen meiner Möglichkeiten Mühe gegeben, aber es hat halt einfach nicht geklappt und jetzt, wo ich die Autismusdiagnose habe, kann ich da, ja, abschließend mit, kann ich persönlichen Frieden finden mit dieser Geschichte. Zum Beispiel, oder auch sich die ganzen anderen Eigenarten von sich selber endlich mal erklären zu können, ja, da gibt es so diesen Satz, der häufig dann gesagt wird, die viele Betroffene sich selber sagen, aber die man auch in der Autismusaufklärung und im Coaching und im Mentoring und so weiter verwendet, nein, du bist nicht falsch, du bist einfach anders. Okay, das ist hier ganz wichtig zu verstehen. Und natürlich das Thema Selbsterkenntnis, wenn man einen Überbegriff für sich gefunden hat, Thema Autismus, dann, und das ist ja auch eine Empfehlung, die ich immer wieder gebe, kann man natürlich auch bestimmte blinde Flecken schließen, durch Recherche oder im Rahmen einer begleitenden in Häkchen Therapie, ein Mentoring, ein Coaching zusammen mit einem Therapeuten, einer Autismus-Expertin, einer Ergotherapeutin, einem Heilationspfleger etc. pp. Denn es ist ja nun einmal so, damit die Diagnose Autismus gestellt werden darf, müssen natürlich bestimmte Kriterien erfüllt werden. Keine Symptome beziehungsweise keine Kriterien Autismus-spezifisch, keine Autismus-Diagnose, das ist ja klar. Das heißt, wenn diese Diagnose bei mir gestellt wird, könnte ich theoretisch in den Diagnose-Manualen oder in der entsprechenden Literatur nachschauen und dann werde ich wahrscheinlich viele, viele Dinge über mich selber lesen, wo ich mir denke, fuck, das stimmt ja, was da über mich geschrieben wird, da sind ja Eigenschaften von mir beschrieben, und die habe ich vielleicht bewusst noch gar nicht so bemerkt, da habe ich noch gar nicht so nachgedacht oder wow, ich wusste gar nicht, dass das mit Autismus zu tun hat, ich dachte einfach, ich bin im Fach Deutsch oder im Fach Englisch einfach immer nur faul oder ne, und da kann man natürlich dann Informationen recherchieren, man kann dann auch wiederum zu diesen einzelnen Symptomen, diesen einzelnen Kriterien sich tiefer einlesen, also Stichwort Wahrnehmungsbesonderheiten, ah wow, okay, dass ich so geräuschempfindlich bin oder so lichtsempfindlich bin, das hat mit Autismus zu tun, es stimmt ja gar nicht, dass ich mich einfach nur anstelle, wie man mir früher immer gesagt hat, aha, was kann man denn jetzt dagegen tun, welche Skills gibt es denn, was hat sich denn bei diesen Wahrnehmungsbesonderheiten im Hinsichtlich Autismus so bewährt, diese Möglichkeiten hat man und ja, das ist effektiv, ich kann es nur jedem empfehlen, trotzdem gibt es auch hier Einschränkungen, wo man nicht enttäuscht sein darf, ähm, dieser zweite Punkt, Identifikation, Selbstfindung, besser mit sich selber umgehen können, weil man sich besser vielleicht auch versteht, Täterintrojekte auflösen, etc., pp., der ist nicht ganz so problematisch, wie der erste Punkt, Bestätigung durch das Umfeld bekommen, warum, naja, unser Umfeld können wir häufig nicht so ganz beeinflussen, wir können ja, wir haben ja keine Fernbedienung mit Knöpfen drauf, wo wir dann den Autismus Verständnis Knopf drücken können und dann plötzlich unsere besten Kumpels oder unsere Eltern verstehen und sehen plötzlich und tätschen uns den Kopf, das die Möglichkeit haben wir nicht, aber im Hinblick auf uns selbst können wir uns ja weiterentwickeln, wir können an uns arbeiten, wir können uns selber reflektieren, wir selber können uns gewissermaßen programmieren, nur dieser Programmiervorgang, der ist natürlich langwierig, das geht auch nicht von heute auf morgen und ja, da manövriert oder programmiert man sich auch häufig in Sackgassen rein, wenn man dann feststellt, wow, ich habe jetzt in eine Richtung gedacht oder in eine Richtung mich reflektiert, da habe ich jetzt festgestellt, irgendwie nach sechs Monaten, nee, mich nicht weiter, da muss ich doch nochmal mich in eine andere Richtung programmieren, okay? Wissen sich anzulesen braucht Zeit, Täter Introjekte aufzulösen, gutmütiger mit sich selber zu sein, braucht sowieso seine Zeit, ja und das Thema Identifikation, dazu sei noch eine Sache gesagt, das ist so ein bisschen tricky, da muss man wirklich seine Erwartungshaltung runterschrauben in den meisten Fällen und das ist das Thema, hey, ich bin mir unsicher, ob ich Autist bin oder Autistin bin, deswegen mache ich jetzt die Diagnose an Uniklinik XY und wenn ich die Diagnose habe, dann weiß ich Bescheid, dann ist meine Unsicherheit weg. Das Problem ist, dass mit Autismus selbst häufig eine extreme Detailwahrnehmung vergesellschaftet ist und Autisten in aller Regel alles ganz genau wissen wollen und mit Unsicherheiten sehr, sehr schlecht klarkommen. Das Problem ist, dass man Autismus nicht in dem Sinne beweisen kann, dass, ja, keine Ahnung, wie zum Beispiel Diabetes oder Gicht, dass man messen kann oder, hey, mein Arm ist ab, das kann ich sehen, das kann ich erfüllen, das kann ich im Spiegel sehen, ich kann mein Umfeld fragen und die sagen mir dann alle, jo, dein Arm ist ab, nein, Autismus, das ist ein nur latent sichtbares Phänomen, ein ja, unsichtbares Phänomen, ihr wisst, was ich meine, das kann man nicht beweisen, man kann nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und sei es auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diesen Autismus diagnostizieren und wir haben ja schon am Anfang des Videos darüber gesprochen, dass viele Menschen mit Autismus auch sehr unterschiedliche Feedbacks bekommen aus dem Umfeld, jo, war mir schon immer klar, du bist Autist oder nö, ist doch völliger Quatsch und somit bleibt für viele Autisten häufig die Unsicherheit, habe oder bin ich wirklich Autist und die kriegt man auch nicht weg, es ist leider eine Eigenschaft oder eine Krux oder ein Paradox bei Autismus, dass gerade diejenigen, bei denen die Diagnostik oder die Diagnose tatsächlich zutrifft, dass gerade diese Betroffenen für immer an dem Autismus zweifeln, während viele Leute, aber auch nicht alle, ja, bitte nicht missverstehen, was ich hier sage, die sozusagen durch die sozialen Medien, sage ich mal, sich da ein Etikett auch angesteckt haben oder anstecken wollen, der böse Ausdruck wäre hier Diagnose, Hopper, also Leute, die sich häufig selber sehr viele Labels geben oder Leute, die häufig gerne sich irgendein Etikett anstecken wollen, um besonders zu sein, das kommt im Kontext von Autismus häufiger vor, das ist ja auch ein, ja, Störungsbild, ein Phänomen, eine Neurodiversität, welchen Begriff man auch immer hier verwenden möchte, dass die Medial sehr, sehr stark frequentiert wird, ist einfach so, da hat man immer Leute, die da irgendeinen Zeitungsartikel oder irgendein TikTok-Video sehen, lesen und dann sagen, aha, ja, ich bin auch Autist, da erkenne ich mich drin wieder, ne, jo, ich bin auch schüchtern, also jetzt weiß ich ja, dass ich Autist bin, okay, oder jo, ich bin auch hochsensibel, Hochsensibilität ist ja auch so ein Trendbegriff, ich selber bin hochsensibel, also bin ich, also scheinbar Autistisch, ne, das gibt es, ähm, das sind häufig, bitte, dass sich hier keiner sprichwörtlich auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich das sage, nur das ist ein Aspekt, der Vollständigkeit halber sollte das in einem so umfangreichen Video wie diesem hier auch angesprochen werden, zumindestens kurz, das sind dann eben häufig Leute, die einen Zeitungsartikel lesen und dann sofort in Häkchen für sich selber wissen, aha, ich bin Autist, das erzähle ich jetzt mal gleich allen und da brauche ich auch gar keine Diagnostik, warum soll ich denn eine Diagnose machen, ich sehe und verstehe ja, ich bin Autist, erkenne ich mich drin wieder, bumm, passt für mich, das wäre der Tendenz nach tatsächlich eher unautistisch, weil autistisch ist es ja immer zu zweifeln, Beweise haben zu wollen, alles genau zu wissen, das Paradox des tatsächlichen Autisten ist häufig das, eine Diagnostik zu machen, vielleicht sogar noch eine Diagnostik zu machen und dann immer noch unsicher zu sein, ja, ich selber habe fünfmal die Diagnose Autismus in meinem Leben erhalten, im Zeitraum von 20 Jahren und ich bin auch jemand, der relativ wenige oder eigentlich praktisch ja im Grunde nie andere Diagnosen erhalten hat, es war mal ganz flüchtig, andere Diagnosen im Raum, aber das waren wirklich nur die flüchtigsten Verdachtsdiagnosen beim ersten Kennenlernen, Borderline war bei mir mal im Raum, wurde dann aber sehr schnell verworfen, ja, Depression, depressive Verstimmung, häufige Komorbidität im Hinblick auf Autismus, das ist gar nichts, was jetzt dagegen spricht, klar, aber es war jetzt nie so, dass man bei mir gesagt hat, ja Tom, du hast die gesicherte Diagnose auf Borderline oder ja, du hast ADHS und dass dann meine Autismus Diagnosen irgendwie immer nur von eine von zehn Diagnosen, die ich irgendwo erhalten habe, eben dann Autismus war, nein, bei mir wurde fünfmal Autismus diagnostiziert ja, und trotzdem die Unsicherheit war Jahre bis Jahrzehnte lang da und das obwohl dieser Autismus auch nicht ja, nur so nach dem Motto könnte sein, sondern die Diagnostiker waren sich alle sicher, das sind gesicherte Diagnosen gewesen, von Unikliniken, vom Max-Planck-Institut, ja, natürlich auch von niedergelassenen Psychotherapeuten im Rahmen von Anschlusstherapien, ja, aber eine Universitätsklinik, eine Tagesklinik, das Max-Planck-Institut, ja, das sind Leute, die haben da sehr genau hingeschaut und trotzdem Unsicherheit hat man immer irgendwo so ein bisschen, ne, ja, also damit das, äh, werdet ihr wahrscheinlich ertragen müssen, wenn ihr tatsächlich Autisten seid und vielleicht auch das nochmal, ich bin ja, das habe ich eingangs gesagt, jetzt seit bald 15 Jahren in der Autismus Selbsthilfe tätig und auch da kann ich euch bestätigen, also ich habe im Laufe meines Lebens hunderte bis vielleicht sogar tausende Autisten jetzt kennengelernt, 15 Jahre Selbsthilfe, das ist eine lange Zeit und wir haben oder ich habe eine relativ oder wir sind, es ist ja in dem Sinne nicht meine Gruppe, es ist keine Gruppe, die mir gehört, okay, ich leite diese Gruppe, ich schließe die Tür auf, beteilige mich natürlich am Diskurs auch immer mal wieder, das ist eine relativ große Gruppe mit unter, mit wechselnden Leuten natürlich, also vielleicht sogar einige tausende Autisten und ich kann euch sagen, diese Zweifel, das ist, das ist typisch, ja, egal, sei es drum, macht euch, macht euch klar, also wenn eure Hoffnung ist, ihr macht jetzt die Diagnose oder ihr habt jetzt die Diagnose und ihr werdet dann ganz gewiss sein, dass ihr Autisten seid, ja, bereitet euch darauf vor, dass es nicht so sein wird, das müsst ihr ertragen, vielleicht geht es irgendwann weg, diese Zweifel nach 10 Jahren oder nach 5 Jahren oder wenn ihr dreimal die Diagnose irgendwo euch eingeholt habt, aber eine Diagnose und dann sind alle Hoffnungen verstreut, macht euch da nicht die Hoffnungen. Ja, das war jetzt mal ganz schön viel auch zu diesem Thema, denke ich mal, ich könnte natürlich noch unendlich lange weiter quatschen oder monologisieren, wie man im Autismus-Kontext sagen würde, aber ja, ich denke, ich habe ja auf diesem YouTube-Kanal jetzt schon über 1000 Videos zu verschiedensten Themen, aber Autismus ist ein Schwerpunkt-Thema auf diesem Kanal, ich habe hier mehrere hunderte Videos zum Thema Autismus online. Wenn ihr sagt, der Typ im Video hat jetzt eine halbe Stunde oder länger gequatscht, ich bin aber noch nicht satt von diesem Thema, naja, dann mache ich euch mal folgenden Vorschlag, abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, darüber freue ich mich und ja, ihr könnt euch dann gerne alle Videos reinziehen, die hier schon online sind und jede Woche kommt natürlich auch nach wie vor ein neues Video zum Thema Autismus raus, ja und gestattet mir die Werbung an dieser Stelle noch ganz kurz meine Biografie, ich blende sie hier nochmal ein, jetzt am Montag, dem 14. kommt die 14. 10. ist die offizielle Release im Buchhandel auf Amazon, ihr könnt das Buch aber jetzt natürlich auch schon vorbestellen und kriegt es dann zum Beispiel via Amazon zugesendet, da glaube ich wirklich, also für alle Leute, die irgendwie auf Selbstfindungsphase sind hinsichtlich Autismus oder die Diagnose haben und sagen, wow, ich möchte mich da mal irgendwo so richtig identifizieren können, schaut euch das mal an, ich denke, ihr werdet finden, wonach ihr sucht. Wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt sogar unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied, darüber freue ich mich natürlich auch von Herzen, haltet die Ohren steif, danke für die wohlwollende Aufnahme dieses Videos, dass ihr bis zum Ende mit dabei und dran geblieben seid, bis zum nächsten Mal, euer Tom. Bis zum nächsten Mal.